ein wunderschönen und herzlich willkommen zu einer neuen aufnahme seven days to die jetzt ist repariert ja hallöchen benny ich bin da mit der komischen stirben wo das mikro keinen bock hat ja was machen wir heute benny was machen wir heute man weiß es nix was machen wir heute ich weiß es gar nicht wir machen dinge ich modul noch kurz rein ich brauche noch kurz auf du hast mir schmutzwasser du bist so groß ist ich töte dich haben wir noch einen kürbissamen in meinem anderen spiel schon habe ich noch hatte viel davon ich gehe mal kurz rüber und hol sie ja ja wir haben noch ein körper so wunderbar genau der der mir fehlt meist müsste ich glaube ich ziemlich nachgewachsen sein außen habe ich schon gesehen ja ich habe gerade schon geerntet jesse jesse wo haben wir die waffen teile waffen lobby festrissen module bauteilig idiot ich habe das falsch benannt kannst du eigentlich mittlerweile schon das wundervolle gerät basteln das gerät der unterhaltung was sagst du ich habe zombies irgendwann background gehört vom hinterm haus wahrscheinlich cool dann will ich mir wahrscheinlich nur ein ich denke noch kurz drei maiskolben rein danach gucke ich kurz vor mir russ fressen welches gerät wollten wir denn haben ja welches ist wohl unterhaltens unterhaltungs fördernd ohne es beim namen zu nennen also ich sag jetzt mal so eine robotik drohne finde ich auch sehr unterhaltsam ja nee aber die meine ich das war eigentlich nicht der freundere web selling the even a dumbass like you gottes willen dafür fällt noch eine menge okay also plink ploing dauert noch das erste jahr können wir noch von träumen sagt ja mit anderen können die eisenwerkzeuge herstellen die elektronischen kriegen aber 61 ich bin jetzt bei zehn prozent davon automatisch ein bisschen bescheid was das für eine frische musik jetzt hier läuft noch mal eben kurzen mission vergrabene vorräte viel spaß danke ich erst derweil was ansonsten würde ich sagen nach der mission oder wir suchen sie eine mission mit beseitigen zombies und machen doppelt das kann man ja das ist doch der verkloppt können wir uns ein doppel gut wir müssen also der falsche hammer als maul müssen ja irgendwie herankommen weil ich jedes mal angst wenn ich die mikrofon am stiebe erst fehlgeschlagen vergabene vorräte hier steht fehlgeschlagen vergabene vorräte sind fehlgeschlagen bei mir ja wahrscheinlich weil ich ja nebel ist also ärgerlich haben wir ein eis würfeln wir haben ein eis würfel wenn ich froh das graben so total toll ist angenehm ja auch sehr beruhigend meditativ schon fast absolut ich könnte aber nichts besseres vorstellen sie kam ein block tiefer und tiefer die springen rein und sehen wie zugegeben wird da bin ich ja nicht am samstag schule halleluja da hätte ich natürlich braucht jetzt tatsächlich schon also bedingt ja ich hänge im selbststudio ein bisschen hinten rein was mich zurzeit etwas sehr stark ärgert oh ich habe eine herausforderung freigeschaltet sammle leben toll was haben wir leben leben nicht leben 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 ich habe ein leben gefunden ja ich nähere mich meinem schatz und kriege auch noch schätze hier mit zombies schätzelein du bist am geraben ich hatte es noch nicht was eingenommen nein 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 die die wir bei dir fehlgeschlagen ist bin ich gerade dran cool ja ich gehörte davon aus dass bei dir das halt fehlgeschlagen ist da ist doch die kiste ich bin einfach der meister gräber ich bin stolz auf dich danke mindestens einmal hä das ist nicht wahr mein Junge ich war immer stolz auf dich auf mir was nein stolz auf mir ok aber ich war nicht immer stolz auf dir weil das klingt falsch ähm moin jungs ich äh hau da mal ne ciao oh oh ich hab dein schatz gefunden ich bin weg ciao ja trefft euch da mal im loch und buddelt mal zu buddelt ne runde ich hab ein neues geheimversteck für uns gefunden hast du hast du mhm vielleicht hast du noch platz für deine zweite matratze oder sogar ein bild von einem hund von dir oder was von einem weißt du warum mach ich mir überhaupt die Mühe haha ich find's schön dass du das nochmal wiederholt hast du wolltest das ganze nochmal bekräftigen ne ja eben deswegen ähm ähm nein nein ah ah danke für die EP das ist ja ne gemeine Mutter die schubst Kinder aus dem Baumhaus ich find's aber eigentlich schön dass es mittlerweile so realistisch ist dass das das Fahrrad auch einen Bremsweg hat wenn du es breitst du es oh das stimmt äh brauchst du Technik Freak nein Technik Freak Band 2 brauchst du nicht aber weiß ich gar nicht soll ich 60er Schrotflinten Muni nehmen oder 5 Dietriche oder 10 Rohrbomben das musst du wissen eigentlich eher Dietriche oder Rohrbomben eigentlich eher Dietriche die hab ich nämlich nicht macht schon Sinn du alter Schlechtknacker noch mal wiederholt was du hast einen fucking crush auf mich oder irgendwas äh ich bin jetzt was sind die Bücher ich hab sehr viele wenige Bücher schiss auf ist das eigentlich dieselbe Stadt ne ne oh doch he geiiiil big buns huge get the hell out of my store it's for real customers name's not important äh James Garth Grimportress war ich glaub schon drin naja so ich hab uns die nächste Mission geholt wo wir dann gleich wieder den Dappel ja äh zwei Kilometer entfernt oder wat nein hä 1,4 Entschuldigung 1,5 hä 800 Meter sind das uh ich bin an der Seite unterwegs ah ja ok dann ist es dann macht das Sinn ich hab mir schon fast gedacht oh nein sie sind dieselbe Karte ja ha 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 oh ähm ich hab da vielleicht was zum aufräumen für uns gefunden für später hm ok das war ein rotes Licht hm nicht ins Licht ne kann ich ja nicht ist rot hm ach dass diese Dings auskosten da sind wir glaub ich schon mal vorbeigekommen oder ne an dem nicht ich weiß nicht was oh es waren zwei Soldaten von oben runter ich sollte 180 Minuten in einem in einem einzelnen Spiel überleben wow toll was ein Achievement ich spreche nicht auf dir dafür dafür ess ich jetzt erstmal Maisbrot ist Tobi wirklich am Maisdurchfall gestorben? was? ist Tobi wirklich am Maisdurchfall gestorben? was? ja das ist auch so Klassiker der Klassiker schlechthin äh wo bist du denn jetzt eigentlich hier? ich bin aufm Weg ich bin aufm Weg ach du Schande du bist dahin oh ja ok gut ich fahr schon mal in die richtige Richtung ne? ja ich auch grad aber wie gesagt Dennis hat so ein äh Militärstützpunkt dings gedöhnt äh ne da waren wir auf der ok dann haben wir zwei sogar ok interessant weil wir haben ja die andere noch markiert wir waren da noch einen ne? ja 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 da hätten wir zumindest auch noch einer das sieht sehr spannend aus äh ach da bin ich doch glaub ich dran vorbeigefahren kann das sein? ist das das mit diesen mehreren Hankern und so? wo da auch wirklich Panzer und so was stehen? kann das sein? äh das kann sein ich hab's mir nicht so genau angeguckt kann sein da war ein rotes Licht das hab ich magisch angezogen ja ich musste es sehen naja die roten Lichter ich musste den Knopf schrücken die roten Lichter ziehen mich immer magisch an ne? das hat was das hat was war's nicht nur im Spiel und auf einmal findest du irgendwelche einsamen Frauen die sind nicht einsam sie suchen sich schon jemanden aus das ist das ist richtig ja irgendwer nimmt sie immer naja gut ähm das ist ein schönes Thema toll ähm das war unsere Abschlussarbeit ja ja nein nicht das schon wieder also das heißt schon wieder also ja bald interessant aber ja gut ist aber lustig dass ich immer wieder auf den Punkt zu sprechen komme ja ich schlag das Ding immer wieder über ich weiß nicht warum also nicht nur bei dir generell ich hab auch sehr viele Gespräche in die Richtung übergehen ich hab auch ruhig dass das nicht nur bei mir ist sonst hätte ich mir jetzt in der Tat Sorgen gemacht die Geräuschkulissen manchmal von den Zombies ne ja ich freu dich immer so ein bisschen ne schon ein Stück ja wo ist ja ich mein Overlay hinsicht gerade na ne weiß ich nicht wuuu weint ich nicht wuuu weint ich nicht wuuu ne ich meine gar die besten Jumps weint ich nicht wuuu weint ich nicht wuuu ah wir haben hier wieder eine äh so ein ein Minending wo wir runter müssen oh hoppala ich sehe da kommt Spaß auf uns zu oh ja oh ja oh ja Geräuschkulisse schön schön es gefällt mir aber wir gehen mal Discord Overlay da war mal kurzbefehl mit jedem Knöpfen gefühlt keine Ahnung oh ja 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 komm gehen sie mal da runter ärgerlich ich habe letztens oder so ein Ding Rocket League gespielt oh man stelle sich vor und dann kurz nach Anpfiff aus irgendeinem Grund ich kann es mir nicht erklären ging plötzlich das Team Overlay auf ok ne das Discord Overlay genau Discord Overlay ging auf ja ja ich muss ja dich mit mir zu machen das ist ja zu ärgerlich bist du schon drin? ja ja bin schon runter gegangen da war sie frei ich rette dich von der Olden oh ja seh ich schon danke es hat mich geschlagen jetzt habe ich Hunger und ich habe noch Treff oh ich habe noch drei Punkte au aah mein Kopf ähm hallo treffen bitte oh ich habe den Arm brauchen nicht mehr bleiben sie unten bitte danke sind sie Minenarbeiter dann tut sich leid wegen ihren Armen naja besser Arm dran als Arm ab ne ja besser ein Tennisarm als ein Golfsack wow er macht erstmal Spagat wirklich junge oh guck mal mein hey deine Güte oh dein Mikro hat wieder Bock Alter so Stopp hallo nee wenn du jetzt die Servatemusik hier ein ein BÖ what the fuck hui aus ja 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 was war ein überzeugendes Argument scheinbar gut hallo 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 naja das klingt schon viel besser bin ich wieder an Bord ja aber es kommt glaube ich wieder ja alles gut das passt so schön schön nur nicht zu fest bewegen das Mikrofon es ist sehr schüchtern ha 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 ah ja schön ja das Traum bringt die glaube ich nicht viel ne 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 glaube ich nicht ich bin durchgetaucht komme hoch das erste was ich sehe aus der linken seite unter wasser ist der wegkoppelt das habe ich mir auch gedacht was denn los das denn seit wann haben wir eine o2 anzeige beim tauchen okay abgesehen davon dass ich hundertprozentig nahe im wasser auch gesehen wie viel rum okay ich komme nicht mehr raus warte mal ich mache eben oder damit dann brauche ich acht jahre für wenn ich das hier machen so geht schneller ich muss nur kurz ein bisschen ausdauert haben aber tatsächlich nach einer gewissen zeit kommt ihr o2 über 60 sekunden wir wissen jetzt wie lange wir tauchen können micro lässt mich was probiert die ich auf der anderen seite das könnte gehen das ist doch wohl reichen muss einfach nur durch oder nicht geht das nicht nein das kann ich so schwer sein es geht jetzt auch anzeige tatsächlich ja guck mal schön das schön das schlut gelootet habe ich schon alles das überrascht nicht möchte so ein level 2 wir wollen wir haben ja warum nicht ja 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 magst du ja sagen ja da können wir eigentlich wieder hoch gehen und dann die missionen laden und ein hasen noch mitnehmen hast du den gekillt nein 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 es gibt noch keine beweise ist die ungeschickt in den hammer gelaufen ja ja auch ein hat dann jakst halt so auf geht's und wieder zurück und das kann dir nochmal die oder sterben sie danke mames ja wie davon schon geprügelt darf es noch ein bisschen mehr sein so hier habe ich das schon mal soll ich dir helfen an den prang erstellen ach deswegen guck mal jetzt haben wir zu nicht mehr schwierig ich bin zu 70,5 prozent die anzeige verstehe ich ja noch nicht aber gut ja ich habe es nicht getroffen das tut mir leid ach wissen was lecken sie mich hey level up war hier nicht noch irgendwo ein pilz ja da mein pilz ja könnt ihr hallo zombies was geht ich habe drei selke abgebaut ein schlagstock level 3 das muss ich doch direkt mal hier wechseln und reparieren hi alles das war alles ja was war hier ich warte ich warte ich warte ich guck mal ob ich was hier für dich habe ich habe ähm ich kann dir einen kleinen stein geben oder bruchsand brauchst du einen 9mm muni hab ich nur 157 naja ok hast du eine schrotflinte dabei ne ne zufälligerweise schon doch ich habe ein abgesägter schrotflinten mod für dich oh gut ist die abgesägt ne aber ok gut schmeiß rüber dankeschön ja ansonsten habe ich noch schrotflinten muni hier kannst du die mal nehmen ist jetzt nicht viel dann hast du sie schon mal ja ansonsten habe ich leider nichts für dich so dankeschön jetzt habe ich nachgeleidend in den mod reingepackt du musst wieder nachladen ach falscher weg ich habe hunger ich bin wieder überladen oh ich bin fit ich bin nass hinter mir alter so bitte halten sie von mir weg danke da gehts gut das ist doch schön sie schläft nur bisschen füße therapie gemacht oder ja man kennt mich ja ich mein fuß fetisch ja ja klar ich mag füße also ich bin froh habe ich zwei davon ja die aussage ich mag füße das war schon wild genug ja ja cool ich muss auf meinen eigenen füßen stehen wenn ich keine füße habe ich bin erfolgreich gegen einen stein gefahren schön ähm ich bin stolz auf dir auf dir entschuldigung ja dein part dein part art i genau wo bist denn du also du bist denn du ach so da wo bist du dann tschau tschüss tschüss bis zur nächsten folge tschüss 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 tschüss